... ist 28 Jahre alt, vom Stapel FMA Team Münster. ... ist der Alex Feuer und Dominik hat noch keinen Kampf im Free Fight. Okay, in die rote Ecke bitte ich Alexander Haas. Alexander hat aber noch keinen Kampf, trainiert im Free-Center Winde und ist 20 Jahre jung und der Trainer vom Free-Center Winde ist Sebastian Schlapper. Okay, Applaus bitte. Applaus So, Kämpfer in die Mitte. Check-in. Komm, Stellung. Schönen Dominik, Schönen Dominik, Schönen Dominik, Schönen Dominik. Komm, roll ihn runter, los. Roll ihn runter, roll ihn runter, kick an die Beine. Kick an die Beine, kick an die Beine, kick an die Beine. Ja, 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 ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Applaus 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 Schönen Dominik Applaus Applaus